Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Bros 3, wo ich ein wenig verzweifeln werde wieder. Ihr kennt das ja mittlerweile. Wir sind in Welt 7.1, da musste ich gerade mal schnell sogar nachgucken. Oh Gott, nein, 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 nein. Klappe, alle mal weg hier. Und ich muss, oh, wir haben das geschafft. Und ich muss leider wieder dazu sein. Oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Was? Warum? Weshalb? Und weswegen? Und der Controller ist so ungewohnt, wenn man die ganze Zeit mit dem Gamepad spielt. So, wir versuchen jetzt mal langsam hier ein Ende zu finden. Toll, du kommst ein bisschen spät, oder? Ey, spring doch. So. So, wir haben jetzt mal hier. Ist natürlich kein Pilz da. Oh, woher wusste ich das nur? Na, jetzt. Das kann es doch nicht sein. So, wir probieren. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Oh Gott, nein. Hä? Ja, und nun ist hier wenigstens schon mal ein Pilz. Und ein paar Münzen. Hier war auch noch was. Ha, sag ich doch. So, jetzt ist aber die Frage. Warum? Weshalb? Weswegen das Ganze? Ja. So, machen wir mal so. Oder muss ich da runter? Nee, das kann ja auch nicht sein. So wenig, wie ich das Spiel eigentlich mag, finde ich die Musik umso besser. So. Das könnte natürlich jetzt eine Erklärung sein. Okay, ich habe verstanden, was er von mir will. Hier ist eine Rakete. Und jetzt gibt's Feuer. Halt. Nehmen wir mit. Ich habe die Befürchtung, dass das hier ein guter Weg ist. Nein. 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 Ach, nö. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Nein. Ich hab's doch geahnt, dass das nur schief gehen kann. Oh, echt jetzt? Bip, bip, bip. Was? Warum? Das ist doch unfair, ist das doch. Das stimmt, hier wollen wir schon mal. So, jetzt latsch ich hier einfach durch, jetzt kommt er wieder. Ha, hab ich gewusst und tschüss. Warum, Zerweka, dust so müde, Sonnen? Spring doch jetzt. Ich bin wie immer die Ruhe in Person in diesem Spiel. Ihr glaubt gar nicht, wie ruhig ich bin. Gleich fliegen Controller. Das geht doch eh wieder schief, das weiß ich doch jetzt schon. Deswegen geh ich jetzt hier. So, jetzt aber. So. Im zehnten Anlauf. Jetzt, geh doch da hoch, verdammt. Im letzten Vlog haben wir uns noch drüber unterhalten, wie schlecht doch das. Die Pad am Xbox 360 Controller ist. Ich möchte das Ding gerade gegen die Wand klatschen. Samt dem ganzen Spiel. So, hier heißt es jetzt, glaube ich, Türmchen bauen. Ich baue gleich Türmchen für den Arsch. Und da passiert natürlich immer, dass der... Jetzt, geh da hoch, verdammt. Und so rastisch aus. Bei mir entwickelt sich das langsam immer mehr in Richtung Rage. Und das ist nicht gut. So, komm. Bam. So, jetzt wollten wir Türmchen hier bauen, ne? Komm schon, bitte. Jawohl. So. Auch wenn ich kaum noch Energie habe, ich save. Was ist denn da? Was zum... Was zum... Er muss natürlich auch durchfallen, ne? Er kann natürlich nicht einfach mal stehen bleiben. Komm schon. Seht ihr, genau das meine ich. Man drückt ein bisschen zur Seite und dann passiert sowas. So, das kann ja jetzt nur noch schief gehen. Ich nehme das Ding gleich mal mit. Und das war auch klar. Was? Und lasst mich raten, ich fange jetzt wieder von ganz vorne an. Ne? Nö. Nicht mit mir. So. Das kann nur schief gehen. Massen sterben. Das wird heute gemessen in Deaths Per Second. Jawohl. Komm schon. Ich werde ja wohl ein paar Leben verdr... bekommen hier. Warum sage ich eigentlich was? Yes! So. Die 7-2. Kann nur noch schlimmer werden. So. Ich habe mal getroffen. Ich... werde getroffen. Ich glaube es ja gar nicht. Rein hier. Jawohl. Double Kill. Diesmal zwar nicht. Ja, ne. Ist klar. Da unten war was. Ich latsche erstmal hier hin. Ich weiß nicht warum, aber ich will erstmal hier lang. Um dann zu merken, dass es falsch war. Da, 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 da. Wir gehen nochmal... Okay, hier kommen wir nicht lang. Immer nach oben. Nach oben ist immer gut. Glaub ich. Oh yeah. Geronimo. Mit einem Leben ist das natürlich richtig... einfach. Das heißt mit einem Leben, mit einem Herz. So. Ich könnte mal Energie vertragen. Nein. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Verdammte Sch... Das kann es doch nicht sein. So, ich beruhige mich jetzt erstmal wieder. Danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.